Oh, warte mal, hey, 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 hallo, willkommen zu einem neuen Video von Norberti, heute wollen Nico und ich, also was sie im 7 sehen, und ich, ähm, Hunter Game machen, ich muss wegrennen, und er verfolgt mich, er hat eine Full Nether Ride, ich hab eine Full Gear, ähm, du sagst, ich hab nur 5 Sekunden, darf ich dann ein bisschen weiter weg von dir stehen, dann? Ne, 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 guck mal her für das Video Intro, okay, also was wollen wir eigentlich machen, also ich muss ja noch was holen, was sehr wichtig ist, 5 Sekunden, ein bisschen mehr, okay, also was wollt ihr noch machen, jetzt, das ist sehr wichtig, holen, was wollt ihr noch? Ah ja, Spitzsacke, ach ja, stimmt, und ein Boot, falls er wieder, oh nein, Perfekt ausgerüstet, was, muss gerade überlegen, wohin ich fliehen sollte, äh, fliegen, fliehen, hab ich gesagt, nicht fliegen, aber das hier, dann find ich gut, Hey, du schaust, wo ich hin will, okay, egal, ich will einfach dort und dann gehen, Okay, bist du bereit? Ja Warte, ich noch nicht Ich geh hier hin Wo bist du? Wo bist du? Hier Hallo, ähm, hallo Wir brauchen noch irgendetwas Darf ich dir nicht sagen, was es ist Hm, ich muss gerade überlegen, was für eine Tick-Tick ich machen sollte So, ich mach auch ein bisschen von dem hier Okay, ich mach auch alles, perfekt So Ah, nee, warte mal, es fehlt noch eine Sache, es fehlt noch Nee, ich mach jetzt, wenn du nicht schnell genug bist, dann bist du ja nicht schnell genug So, willst du schneller gehen, oder was, ne? Ach ja, willst du schneller gehen, ich hab's gesehen, die Goldschuhe Hallo, hallo in einem neuen Video von Boss777 Und heute fangen wir diesen Knecht hier, Robert TV, und ja, er darf wegrennen Okay, soll ich jetzt eins sagen? Der 10. Kunde hatte Start Also, let's go Ins Wasser nicht Ich weiß nicht Ich bin in Wasser gelandet Okay, ich komm Okay, ich komm Ich muss, er hat jetzt auch ein Wort, ne? Deswegen wird es ein bisschen schwierig, aber Der ist irgendwo hier Der ist irgendwo hier Der ist irgendwo hier Wir müssen in diese Richtung Er hat sich ja wieder ein Boot mitgenommen, um schneller über Wasser zu gehen Okay Er geht aber ins Nether Das ist ein Problem Wir haben auch Silvien und Lachen Ja, aber ich muss aber erstmal Land finden, ne? Weil ich finde gar kein Land hier Das ist irgendwo in dieser Richtung Kabinaten 230, 62, 200 Wir sind sehr nah an ihm Das ist gut Ziemlich nah wie Sehr nah an ihm Das ist sehr gut Ich bin gut Wir sind schon bei 200 und waren zum Rufay Er hat aber noch nicht Land gefunden Das heißt Er wird sterben Er hat keinen Boden, wie wir wissen Koordinaten Ähm Warte mal 200 25 Und 52 Okay Und Zweiter Koordinate 66 Oh, ich bin direkt auf ihm Hä? Ne, das ist halt Die Koordinaten Die Koordinate Von Es leckt total bei mir gerade Schließe Aber sag die dritte Koordinate Die dritte Die dritte Sagen Sie bitte die dritte Koordinate Oh ne, warte mal Das ist Ach, warte Hatten Hast du mich gesehen? Ich hab was gesehen Ich hab Land ge- Du hast Land? Oh, ich seh dich Ja, passt Da hast du ein Denner-Potter Da brauchst du ein Denner-Potter Ouffe Sehr schlau, oder? Ich schau auch um sie zu dir Die schallst du bist Also ich sie demnückse Oh Gott, du bist du. Ich werde sterben. Also, er hat sich hier noch unten genommen. Also, ich bin in der Nähe von ihm. Das ist gut. Wow! Es geht nicht hoch. Und unten unten schon mal einmal gehittet. Das hat sich als Schaden gemacht. Denn er rennt jetzt weg. Ich glaube, die werden das hier gewinnen. Ich kann nichts meinen. Das ist das Problem. Ah, du erinnerst erst, mein Freund. Aber jetzt weiß ich, wo du so etwa bist. Ich habe auch einen Delfin. Oh, shit. Warte mal, ich muss Land finden. Wo ist Land? Was? Was war das? Vielleicht... Oh, Dreizack. Das war ein... Vielleicht bin ich auch unter dir und nicht nur der Dreizack. Denn ich habe einen Delfin. Delfine sind okay. Wir werden ihn 100% jetzt... Land! Ja! Berge! Ja, Berge! Ja, Berge! Wie sieht sich das? Ja? Ich dachte... Jemand hat... Tomtom... Jemand hat... Er peert wieder! Oh, er ist sich erst leer... Niko! Jemand hat Tomtom... ...zwei... ...dreimal getötet... ...für drei Herz. Tomtom hat nur noch sieben Herz. Wie heißt das? Tom! Jemand hat Tomtom... Wir gehens hoch! Ich hoffe, wir finden ihn wieder! F10! 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 Ich hoffe, er ist hier... Noch in der Nähe... Yo, ich hab was soo Legis gefunden. Kann ich doch hier mal rein. Wenn nicht, dann. Er würde ein Nether-Portal probieren zu bauen und wegzuhören. Also es endet nur, wenn er sehr lange überlebt oder ich also ihn finde. Und ich seh, was du Legi gefunden hast, deswegen wärst du jetzt du. Ey, du brauchst kein Uwe, du brauchst kein Nether-Portal. Du brauchst kein Nether-Portal. Du brauchst kein Nether-Portal. Jetzt seh ich dich. Keine Enderperlen mehr, weißt du? Ich muss das machen, weil sonst hattest du mich. Er hat Enderperlen. Das ist das, was ich nicht... Was? Du hast keine Enderperlen in deinem Winter. Ist das dein Ernst? Aber die Enderperlen machen auch Schaden. Deswegen müsste er jetzt sehr am Sterben sein. Er hat, glaub ich, nicht die Village gesehen. Ja, ganz immer. Den Berg. Er perlt. Ich kann die Perlen einfach holen. Er muss irgendwann keine Enderperlen mehr haben. Okay, ich hab ihn verloren, okay. Ja, endlich. Oder lügt er mich nur an? Es kann sein, dass er mich nur an... Shit, er hat angelogen. Nee, ich hab ihn verloren. Nee, ich bin da noch gefahren. 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 Das ist voll schlecht. Jetzt kann er einfach wegrennen. Nee, mach ich. Oh, nee. Warte, warte, warte. Warte? Ist das echt... Oh, nee. Ich schlafe. Scheiße. Ich gucke mal nur in den Schaden. Oh, ja, ja. Warte mal. Ich bin gut. Ach, nein. Wie ist das? Oh, nee. Ja. Ist so. Oh! Das ist nicht mehr so. Oh! Ich bin in den. Ja. Enderperle. Wo bin ich? Oh, da ist der. Ich hab immer noch das vom Elder Guardian. Deswegen kann ich keinen Block abbauen. Was? Okay, okay. Ich seh. Ich bin hier. Ich war fast gestorben. Ja, fast gestorben. Okay. Okay, ist was gestorben. Okay, ist was gestorben. Komm mal her. Fast sterbender Mensch. Komm mal her. Komm mal her. Wolltest du nicht zum Elder? Hast du gepirrt? Ja. Wieder zurück? Tja. Ja. Wer weiß. Jetzt weiß ich nicht, wohin wir gepirrt haben. Wann ich bin? Ich glaub bestimmt. Du bist wieder am Land. Ja, ich hab das Land. Ja. Ich bin am Land. Warte. Warte. Ich muss erstmal dort hin. Ansage für dich. Wir sind schon gebrochen. Wir dürfen hier. Du hast mich. Du hast mich. Warum hat die Corinna nicht gesehen? Ich hab das noch nicht gesehen. Ja, 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 ja. Ja, ja. Ich weiß, dass du mich nicht gesehen hast. Komm mal her. Oh ja, ja, ja. Der liegt hier. Okay, warte mal. Ich muss einfach. Oh ne, warte mal. Hier sind's Gelände. Wer weiß. Ja, er ist im Dschungel. Hey, das darfst du nicht sagen, Alter. Das ist ein, äh, wie viel, wie viel Minuten ist angeschaut? Nein, er ist nicht im Dschungel. Noch. Du musst noch. Er ist nicht mehr im Dschungel. Er ist jetzt im Wasser. Fünf Minuten. Er ist jetzt im Wasser, Nico. Du bist hier. Hey, nicht sagen. Nicht sagen. Ja? Nicht sagen. Wo bist du? Ich hörst du mal vor den Namen. Nico, es ist dieser Weg. Er ist der. Er ist wieder, wo wir waren. Vorher. So zu einem großen, ähm, Dessertum gegangen. Ich weiß, du lügst mich so an, oder? Eigentlich nicht. Koordinaten. Ähm. Oh, shit, warte mal. Ich hab' nen Fehler. Wirst du denn schneller gehen? Nein, er will nicht. Er rennt nicht raus. Von einem Zombie weg. Also, die Koordinaten sind 601. 5. Und... 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 Deck 101 und, ähm... Und... Wo füllen wir es nicht aus? Wo ist es nicht? Jetzt, wo ist es? Ich rück... Ich rück... Ich rück... Er ist im Nether. Er ist 601 im Nether. Also, dann gehen wir mal. Schreibt die Paginaten. 83, 65. 601, 383. 93, 100, 58. Bist du im Nether-Parat? Kann sein. Ist er. Ist er drinnen? Ja. Will er ihn trauen? Ja. Sie lassen ihn auch blöken. Ich hab nichts, um rauszukommen. Warum ist dein Bildschirm so schlecht? Er will mich töten, Thomas. Aber ich geh rein, ich geh rein, ich geh rein. Ich geh rein, ich geh rein. Ich weiß, dass du da Blöcke hingetan hast. Oh, okay. Ich kann einfach raus. Okay. Ich weiß, dass du einfach rauskommst. Sag mal, wie ich Pagina nenne. Nein. 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 Ähm. 100, 78, 248. Am blauen Wald. Am blauen Wald? Und wer hätte gedacht, dass er hier in blauen Wald wie ich wäre. Wenn ich jetzt das verfolge, bin ich tot. Oh mein Gott. Und was? Koordinaten. Ähm. 120, 99, 398. 120? 20. 20. So. Und jetzt geh ich fort. Das ist Lava überall. Okay. Guck mal, ich hab halt das hier. Das macht wenig Schaden. Im Nether. Weil im Nether kann man kein Wasser benutzen. Nein. Ich glaub. Oh mein Gott. So low. Wenn ich den Enderman. Wie viele Minuten muss ich noch überleben? Zwei. Zwei. Okay, das schaffe ich, Leute. Koordinaten? Ähm. 142. 900, 301. Was? Ja. Sag die Koordinaten. 148. 100. 100 in der Höhe? Ja. Was? Ich bin ziemlich weit oben. Und 312. Ich wollte gerne das. Aber egal. Ich hoffe. Ich hoffe. Ich hoffe. Oh mein Gott. Ähm. So. Wo bin ich? Ich bin gerade weggeperlt. Also. Du weißt. Ich hab noch 5 Perlen. Ich weiß aber nicht wo du bist. Egal. Du musst auch nicht wissen. Du sollst nicht wissen. Und wieso. Es macht mir Sinn, wenn ich wusste wo ich. Wenn ich weiß, wer ist. Oh Gott. Also. Jetzt musst du mir ein paar Tipps geben wo du bist. Also. Sie dürfen mir sagen wo du bist. So. Im blauen Wald. Im blauen Wald. Im blauen Wald. Koordinaten. 82. Ähm. Warte ich muss was essen. Ähm. Ich hab noch nicht. Ähm. 80. 300. 398. So. Wenn er irgendwo dort auf mich schaut. Dann ist es ein bisschen schlecht. Hm. Nochmal bitte. Nochmal das. Achso. Das hier ist. Oh. Okay. Ähm. Sag mal. Achso. Ähm. 80. Ähm. 81. 78. 401. Keine Autoschlauber. Achso. Achso. Du bist im Lager. Oh mein Gott. Du sitzt da stehen. Du bist so tot. Nix. 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 Du musst ja nicht kommen um mich zu töten. Ich sterb ja gar nicht. Was hab ich auf Versehen den Enderman in die Augen geschaut? Ich hab die Mimik drauf. Er hat irgendwas vor. Muss ich die Nage machen? Wie viele Minuten muss ich noch überleben? Was? 1 Minute. 70. 78. 416. Kann man noch ein bisschen weiter machen? 1 Minute. 70. 78. 416. 11. 11. 11. 11. 11. 416. 416. Und ich geh gerade... Jetzt musst du für 30 Sekunden stehen bleiben. Okay. Ich bin tot. Okay, nochmal. Hört mal hier. Okay, ich kann sterben, wenn du willst. Ups. Ich bin tot. Gut, ähm. Ok. Hallö. Das Room war noch nicht zu Ende. Was, das geht nicht? Ja, we trick her. Ich bin tot. So, hallo. Das Game war noch nicht zu Ende. Was? Rede, ich bin tot. Auf meinem Video hat gesellt aus Heartsamam. abonniert einfach meinen Kanal und vergisst nicht den Kanal von Boss77 zu abonnieren.